Wir sind Faserati und haben tierisch Bock Mucke zu machen und es ist spät und das ist genau richtig so. Genauso muss das sein. Und genau, wir laden euch jetzt auf eine kleine Reise ein. Wir starten mit dem Big Bang, mit dem Urknall und reisen. Ja, wir schauen mal, wo wir hinreisen. Es wird eine kleine Reise. Bis zum nächsten Mal. 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 Und es war, Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.